Aber auch ohne Arm. Mach ich noch eine wirklich gute Figur. Öl, öl, öl. Fahr gerade, denk dran langsam und... Oh! Wehe, mich trifft diese verschissene Pfeilk... Was? Kinders, was geht bei euch ja? Seas Go ist gerade down. Ich wollte eigentlich jetzt was zur Dummdittel-Challenge aufnehmen, aber es ist nicht möglich. Redneck-Power! Da dachte ich mir, komm, spiele mal einen Monoclanny-Runden mit dem Redneck. Und ich hoffe, ich... Kinder, was ist mit euch los? Hallo, hallo. Oh. Ich hoffe, ich kriege das mit dem Greenscreen jetzt etwas besser hin, denn ich habe gemerkt, ich darf wohl nicht... Oh, du Scheiße! Ich darf wohl nicht so arg vorn zurück... Ach so. Oh, wie geschickt! Oh, fuck. Halt. Nein! Oh, shit, all! Ich darf nicht so arg vorn zurückgehen, dann müsste es eigentlich klappen mit den Rändern. Und demnächst muss ich mir nochmal eine extra Leuchte holen... Ach, Scheiße, zieh doch nicht direkt hier den Ding auf den Kopf. Pusht uns hier so ein bisschen drüber. Das wird ja wohl gar nichts. Ja, Seas goes down, ich weiß nicht... Uh, was... Oh! Ich weiß nicht, was... Was war das? Möglicherweise sind die Server gerade down! Ich habe jetzt nicht vor Infos gecheckt, aber... Was soll der Geiz? Und dann machen wir halt eine Runde Wurstsalat. Wie mich diese Dinge anschießen. Aber egal, im Slow-Mo-Homo-Modus. Guck mal, wie ich mich hier noch gezielt durchmanövriere, wie ein König, der gleich sein Bein abgeschnitten bekommt. Aber guck mal, wie ich mich da... Oh, aber auch ohne Arm mache ich noch eine wirklich gute Figur. Das ist ja eine sauschwere Map. Okay, ich beeil mich einfach hier so ein bisschen. Die dürfen mich nicht so krass... Okay, 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 okay. Uh! Ha, 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 ha! Oh, sch... Okay, okay. Solange ich mir hier Zeit lasse... Oh, ich will nicht so viel Zeit lassen. Uh! Wo waren jetzt die, die Ding? Jawohl! Oh, shit! Beug dich irgendwie. Komm! Ja! Ich hab mich grad gerettet, dann schießt mir was in den Bauch. Ich muss von vorne anfangen. Jetzt haben wir uns schon so geschickt da durchgemogelt und dann so... Oh mein Gott! Das wird's jetzt... Shit, 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 shit. Komm, 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 komm. Okay, okay, okay. Mich sift das Kabel? Nee! Ist Ihnen der Kopf etwas schwer? Okay! Ich weiß nicht, wie ich das eben geschafft habe. Ich wollte eigentlich gerade so einen lustigen Scherz machen und wirklich verrecken. Und dann geht's nicht. Alter, du bist wirklich unfähig. Du stirbst, wenn du nicht sterben sollst. Und du stirbst nicht, wenn du sterben sollst. Nein! Oh, fuck! Wie knapp war das denn? Ah, die Schnur ist schon hart. Wie hab ich das denn vorhin geschafft, die Glücksschwein? Bin ich so ein krasser Glücksritter, dass ich das vorhin einfach nur so zufällig... Okay, go! Nein! Oh, shh! Fahr, 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 fahr! Oh! Oh! Nein! Nein! Mich schießt das Ding schon wieder ab! Da ist das Ziel! Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass Fatih und Jimmy hier deutlich besser, äh... sind. Ha, 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 ha! Er macht einfach den Jesus. Guck mal, oh, scheiße! Guck mal, er danzt! Boah! Ha, ha, ha! Naja, okay. Here we go. Diddl, didda, diddl, dodo! Wir geben ordentlich Gas! Und jetzt! Sehr schön! Und... Vorwärts, 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 vorwärts! Okay. Oh, shit, Daddy! Ach, komm! Wieder mit beiden Händen, das macht er echt gern. So, ja, ja, chill, 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 chill. Ist egal. Nein, jetzt! Du bist jetzt nicht vom Fahrrad gefallen. Wisst ihr, ich wollte jetzt noch geschwind was aufnehmen. Ich hab für morgen, also für Dienstag, nichts. Es ist jetzt gerade Montag. Ja, super. Das Video heute kommt 30.000 Stunden zu spät. Und ich will morgen wieder ein pünktliches Video hinbekommen. Oh! Und dann will ich eine Runde Counter-Stricken aufnehmen. Und dann geht's nicht, ne? Und dann geht's nicht. Nein! Okay, aber nur das Kind, nur das Kind. Falscher Alarm. Die Blutfontäne da hinten. Zieh, zieh, zieh! Oh, fuck! Das Level hat es in sich! Dieses armselige Geräusch. Aber ich will die Flinte nicht zu früh in Timmis Gesicht werfen. Zack! Und weiter geht's, Jungs und Mädchen. Jetzt! Du musst in das Ding... Das ist doch jetzt gerade... Ich hab einfach einen Fuß bekommen. Wow! Mal gucken, wo das hinführt. Ich bin gespannt. Aha. Ähm. Ihn jetzt echt brutal erwischen. Kann ich ihn so ein bisschen bewegen noch? Nee. Gut! Ich denke, wie gesagt, dass Earl so ein bisschen effektiver ist auf dem Track. Mal so ein bisschen da rüber aimen, Earl. Oh! Earl, mal so ein bisschen hier rüber aimen. Ja. Sag mal. Nein, Earl! Oh! Oh! Oh, shit! Oh, 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 oh! Das war vielleicht bescheuernd. Das ist die Idee. Wir müssen ja eigentlich nur hier drüber kommen. Wir müssen ja gar nicht an diesem dreckigen Scheiß-Drehding vorbeifahren. Oh! Exakt durchgeschnitten. Das war ein schöner Schnitt. Wirklich gut gemacht, Herr Doktor. Mach ich jetzt. Jetzt mach ich's. Jetzt mach ich's. Jetzt mach ich's. Jetzt mach ich's. Oh, shit, Earl. Chill. Mal deine Unterwäsche. Earl. Feuer, Earl! Feuer, Feuer, Feuer! Was ein Jump, Alter. Was ein Jump. Und wehe, mich trifft diese verschissene Pfeilk... Was? Davon wusste ich ja gar nichts. Von dem Level werde ich meinen Kindern noch erzählen. Bist du noch damals Kinder? Nee, wir waren nicht dabei. Ja, ich weiß. Earl, 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 Earl. Okay, Earl, jetzt gib Gas. Komm! Bitte, Earl! Mach einmal was richtig in deinem Leben. Wir schalten jetzt auf Zeitlupe. Earl, ja. Fahr weiter. Fahr weiter. Lass dich davon nicht. Ist egal. Ist egal. Earl. Oh Gott, was haben wir denn hier? Nein! Was ist das denn hier? Das ist eine Schweinerei. Dieses Level ist eine Schweinerei. Earl! Jetzt chill, bitte, Earl. Chill einmal, okay? Guck mal, fahr... Oh mein Gott, Earl! Oh! Fahr, Earl! Ist egal, was in dir drin steckt. Ist nur ein Stück Holz. Fahr gerade. Denk dran langsam und... Ich glaube, ich habe noch nie so hart gestruggelt wie bei diesem verschissenen Level. Bam! Hast du verdient, Earl. Hast du verdient. Es sollte jetzt auch schon für ein Video reichen. Ein einziges Level. Ich hoffe, dass CSGO demnächst wieder online ist, dass ich da wieder, ne, und sowas. Muss man mal wieder was reinpimmle. Nächste Woche, Dienstag, wird der Stream verschoben auf Mittwoch. Weil ich einen Montag eine Prüfung habe und dann Mittwoch. Und den Dienstag brauche ich, um für die Mittwochprüfung nochmal richtig hart reinzubüffeln. Und Mittwoch habe ich dann meine ersten zwei Prüfungen fertig. Und dann habe ich wieder zehn Tage Zeit bis zur nächsten. Also ich streame dann lieber am Mittwoch nächste Woche und am Donnerstag. Vielen Dank für alles. Gebt noch nach oben. Seid ein bisschen cool. Aber nicht zu viel. Ich spiele gerne mit Bril. Man sieht sich. Hey, komm mal runter, Peter. Komm mal runter. Hey, Peter. Hey, komm mal runter. Hey, kriege ich eine Aggressione.